Willkommen zu einem neuen Format von Autophorie.de. In diesem Video geben wir euch die Tops und Flops zum Mercedes GLE Coupé. Der bärenstarke V6 Biturbo. Das König der Weltgefühl. Erfahrungsgemäß hat jeder vor dieser großen Schnauze Respekt und macht sogar Platz. Die hohe Ladekante von 97 Zentimetern. Die erhöhte Spurbreite und die dicken Schlappen, schön anzusehen, aber im Parkhaus und der Waschanlage öfters mal ein Problemchen. Ohne zusätzliche Kameras am GLE Coupé ist man einfach nur verloren. Danke fürs Zusehen, alles weitere natürlich im Fahrbericht. Ansonsten Daumen, Abonnieren, Glocke und bis zum nächsten Mal.